Hallo, ich bin der Ansgar Alas, der Regisseur von Bach in Brasil. Wie man vielleicht im Hintergrund erkennen kann, bin ich noch in Brasilien, weil wir hier gerade die brasilianische Premiere gefeiert haben auf dem Rio Filmfest. Und bald hoffe ich, dass wir uns sehen werden auf den nordischen Filmtagen in Lübeck. Edgar Selge und Franziska Walser werden auch da sein und ich bin sehr gespannt, wie Ihnen unsere deutsch-brasilianische viel gut Komödie gefällt. Bis bald!